Hallöche, meine Freunde und willkommen zurück zu einer anderen Folge von Stunt Paradise. Heute ist es soweit. Ich denke mir mal, wir werden das Spiel heute durchspielen. Also, wir sind ja bis Level 35 gekommen und jetzt ist Level 36 dran und soweit ich weiß, geht's bis Level 50. Und das ist der Plan, dass wir das heute schaffen. Das könnte heute ein bisschen länger dauern, vielleicht, oder auch nicht. Mal gucken. Weil ich komme mir auch so gut durch, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt nicht mehr... Habe ich die Level nicht mal schon mal gespielt? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ey, aber auf jeden Fall ist mein Plan heute, das Spiel endlich grüß zu spielen. Und ich bin echt mal gespannt. Irgendwie kommt mir das bekannt vor? Oder war Level 35 auch schon so aufgebaut? Warte mal. So, jetzt müssen wir mal hier rückwärts hoch. So, und zack. Ey, warte mal, das kommt mir doch... Ah! Okay. Nein, bremsen, bremsen. Mein Gott, ey. Nee, ich glaube doch nicht, dass mir das bekannt vorkommt. Okay. So, jetzt rückwärts gegangen. Warte mal, wir müssen aber ein bisschen runter. So, und rückwärts gegangen. Let's go. Let's go. Jetzt hier runter. Jetzt müssen wir springen. Oh, oh, so. Okay, so. Aber ich muss noch mal gucken, wo ich das Auto hindrehen muss. Oh, nee, oder? So, nein. Oh mein Gott, das ist jetzt total bescheuert. Okay, warte mal, vielleicht kommen wir noch mal richtig. Okay, wir sind noch mal auf. Das ist vielleicht, dass ich da nicht mal unten weiter machen kann. Okay. Oh mein Gott, das kann was werden. Ich stelle das schon mal auf eine lange Folge ein. Oder wir kommen halt gut durch. Das kann auch sein, ne? Kann ja auch immer sein, dass ein Level dazwischen immer so richtig ätzend ist. Und wir dann durchkommen. Das Problem ist, man muss halt jetzt dann rückwärts denken. Also man muss genau andersrum denken. Und das ist super schwer. So, jetzt so. Ja, hier ist ja Gas. Oh Gott. So, jetzt. Boah, das wird, das wird richtig, wird richtig schlimm. Nein. Okay. Neustatt. Nein. 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 Okay, das war, glaube ich, zu kacke. Okay, das war, was war das? So, mal kurz langsam fahren. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren hier. Vielleicht in der ersten, im ersten Level direkt so reinscheißen, ist jetzt auch nicht so das Beste, ne? So, schauen wir mal. Okay. Wenn es halt natürlich zu lange dauert, dann sage ich euch, da müssen wir halt noch ein Video machen. Ist ja nicht so schlimm. Das Spiel ist halt schon mega geil, ne? Also da muss man halt, muss man ja schon mal sagen, ne? So. Dämmsen. Okay. Okay, das geht sogar. Okay, das habe ich jetzt nicht gedacht, muss ich gestehen. Okay. Okay, das ist schlecht. Okay. Okay, wir hatten das mal so als zweiten Try. Oder nächsten Try. So. Okay, so. Jetzt hier hoch. Boah. Dieses, dieses Rotieren, ne? Das macht mich kirre. Das konnte ich noch nie so gut. Wie gesagt, bei Trials hat mich sowas auch immer so, wenn du rückwärts fahren musstest oder so, hat mich das auch immer rausgenommen, ne? Boah. So, jetzt aber. Bremsen. Und Gas geben. Boah. Geschafft. So, jetzt wird's schlimm. Ne, ne, das geht noch. So, berg hoch. Boah, da verlangsame gerade was von mir, ey. So, hier runter. Da habe ich immer gedacht, man muss da dagegen springen. So, jetzt wird's interessant. So, Gas geben. Gas geben. Wir machen das jetzt mal ein bisschen langsamer. So. Jetzt wird's schlimm. Okay, okay, okay. Gas. Gas, Gas, Gas. So, wir müssen. So, jetzt hier. Jetzt Gas. Oh mein Gott, was ist das? Wie hat sich das einfallen lassen? Irgendwo ist das Ziel. So. Oh ne, nicht noch eine Säge. Oh Gott. Oh, nochmal drei davon. Okay, so, jetzt langsam. Brems, bitte, 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 bitte. Nein. 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 Oh mein Gott. Sag mir bitte nicht, dass ich kaputt bin. Okay. Danke, Spiel, dass du so mit mir umgehst. Ich darf nicht so schnell fahren. Das Problem ist, fahre ich zu langsam. Hatte ich gerade das Problem. Dass ich einfach, äh, runtergefallen bin. Oh mein Gott, ey. Aber vorhin bin ich kaputt gegangen. Hat mich voll gewundert. So. Wie komme ich da unten an dem Stern? Ist mir egal. Ich will einfach nur durchkommen. Okay, okay. So, wir machen das jetzt mal ein bisschen ruhiger. Vielleicht habe ich mir wieder zu viel Gas gegeben. Oh, ne, doch nicht. Okay, wo muss ich jetzt hin? So. Okay, okay. Das ist gut. Alter, wieso ist die Map so lang? Okay. Jetzt einfach Gas. Ja. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Oh mein Gott, ich bin abge... Oh, habt ihr das gesehen? Ich bin einfach abgesprungen. Das war, glaube ich, auch nicht so der Plan. Einfach nochmal flexen. Oh mein Gott. Das hat jetzt schon sechs Minuten gedauert. Okay. Aber läuft cool. Macht Spaß. Oder ist cool? Ja. Hier hoch. Sprung. Kaputt. Auflanden. 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 Nochmal Jump. Ja. Ja. Und da rein. Ja, ja. Oh, so kriegt man auch Münzen. Okay. So ein bisschen langsamer. Ja, 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 ja. Nee, nee, nee. Geht das so? Okay, wir haben jetzt ein Problem. Ich komme hier nicht runter. So. Okay, das ist richtig doof. Wartet mal. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen langsamer. So. Ja, ja. Okay. Geschafft. So, wieder hoch. Wer hat sich das einfallen lassen? So, jetzt rüber. Mal Anlauf holen. Okay, wartet mal. Jetzt so. Und jetzt hier hoch. Dass ich das reingeschafft habe, ist eh gerade ein Wunder gewesen. So. Jetzt da rein, oder was? Ach, da ist der Stern. Okay. Okay. Jetzt habe ich irgendwie Warcraft 3 die ganze Zeit die Orks im Kopf. Nee, Quatsch. Nicht die Orks, die Menschen. Okay, mein Lord. Ist das eigentlich was? Oh. Oh, ich hasse diese Dinger jetzt mittlerweile schon. So. So. Gehe immer ein bisschen so nach hinten. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig ist. Also, dass ich dann so nach hinten gehe. Als ob der da bremst. So, ne? So. Und let's go. Man kann die ja auch wippen lassen, ne? Aber das brauchen wir ja nicht anscheinend. So, jetzt hier runter. Jetzt hier rüber. Jetzt Gas geben. Okay. Okay. Einfach Gas geben. Das hilft immer. So. Jetzt hier runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bremsen. Was ist das für das Spiel? Jetzt Gas geben. Bremsen. Bremsen. Okay. Jetzt in die Luke rein. Hat geklappt. Oh nein. Oh mein Gott. Wartet mal. Wo muss ich denn da jetzt hin? Ich muss gar nicht springen, ne? Okay. Ich muss nicht springen. Ich kann unten einfach durchfahren. Okay. Gut zu wissen. Das machen wir auch. Dieses Hochheben vom Auto. Hilfe. So. Okay. So, einmal Gas. Okay. Aber es müsste klappen. Wir müssen nur... Ja, die Frage ist halt... Also, die Sache ist halt, wenn du den Stern haben willst, musst du dann durchspringen. Und dass das wirklich... Bestimmt nochmal 100 Anläufe oder so braucht das dann. Einfach hier Gas geben. Dann kommt ja da gut durch. Jetzt hier auch einfach Gas geben. Dann könnt ihr hier reinspringen. Hier. Warum ist das Auto jetzt so weggeknickt? Hier kurz bremsen, damit ihr hier nicht so knapp wacht wie ich. So. Hier kurz bremsen. Ansonsten fallt ihr unten in die Säge rein. Hier rein. Hopp. Und... Nein. Was denn jetzt? Was denn hier? Das ist jetzt... Das ist jetzt... Okay. 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 Bisschen Gottes, den jetzt bitte. Oh, das Spiel ist der Hammer, ey. Oh mein Gott. Okay, so geht es schon mal nicht. Oh mein Gott. Oh nee, oh nee. Okay, ich muss wahrscheinlich mal kurz... Okay, wie mache ich das jetzt? Und jetzt. Nee, das war zu spät, oder? Jo. Okay. So, dann da oben gegen den Knopf. Und zack. Okay. So funktioniert... Oh Gott, wo will ich denn denn? Jetzt hier hoch. So. Das ist doch so ein Spiel, ey. Wie geil ist das denn bitte? So. Ähm. Okay, wartet mal. So, hier hoch. Dann hier dagegen hüppen. Okay. Jetzt hier Gas geben. Hier kurz hoch. Och, nö. Okay, wartet mal. Dann muss ich wahrscheinlich so spät. Wie mache ich denn das jetzt? Ah, ich weiß. Ah, ich weiß wie. Okay, ich habe gebremst. Das war dumm. So, nicht. Oh mein Gott, ey. So, hier hoch. Okay, da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das machen. So, das geht ja alles hier. Das war jetzt nicht so schwer. Nein. Wieso habe ich gebremst? Gut, weiter geht's. Nein, nein, nein. Ich bin das gewohnt, dass ich immer Gas gebe in dem Spiel. So. Gut, so nochmal jetzt hier. So, jetzt hier hoch. Dann hier. Dann hier runter. Ehm, was? Ich bin nach hinten gebammt. Okay. So, nochmal. Jetzt es geht. Wenn die schon so halb unten ist, dann könnt ihr da losfahren. Macht's halt weh, ich einfach Gas geben. So. Hat wunderbar geklappt. Hätte ich nicht erwartet. Wunsch gestehen. So. So, jetzt rückwärts gegangen. Einmal hier hoch. So, jetzt muss man gucken. Ich gehe davon aus. Ah, ich glaube, ich weiß, wie wir das machen. Wenn die oben ist, die Säge. Jetzt. Nein. Okay. Ah, ist das doof. Ah, das ist eine blöde Stelle. Vor allem, die habe ich gleich nochmal. Zu früh. Okay. Und jetzt. Ach, Mann. Das ist eine doofe Stelle. Die kommt so weit hinten. Hä? Was ist jetzt passiert? Okay. Wie ist das gemacht? Ich bin extra so geflogen, damit ich nicht die Kreissäge erwische. Boah, das ist super, super schwer. Oh, mein Gott. Heilige Scheiße. Okay, man muss ein bisschen an der. Ja. Man muss ein bisschen an der Wand langsliden, damit das nicht so. Damit das dann funktioniert. So. bisschen jetzt Gas, damit wir da zum Bumper kommen. Oh, das ist aber nochmal, das ist jetzt Mist hier. Warte mal, machen wir das jetzt am dümmsten. Ich glaube, ich habe es. Okay, wartet mal. So. Ja, und jetzt. Ja, und jetzt. Hä? Hä? Funktioniert da gar nicht. Rückertsgang? Ah. Boah, ist das frech. Boah, war das frech. Ich musste durch den Zaun. Und ich so, hä, warte mal, da kommt man doch gar nicht durch. Okay, wartet mal. Boah, wieder so eine Säge, ne? So, hier kommt man ja hoch. Einfach mal mitgenommen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja. Sehr gut. Und Gas. Oh, mein Gott. Die habe ich gar nicht gesehen. Hilfe. Hilfe, Säge. Oh, mein Gott. Ist das alles knapp. Heilige. So. Okay, was ist das jetzt? Die Säge kommt mir hinterher. So, das hier runter. Okay. Hier hoch. Okay, jetzt Gas. Oh, ich dachte, das Ding erwischt mich. Gas. Hier rüber. Der Bumper hoch. Jetzt ist die Frage. Wir müssen jetzt rückwärts. So. Hier drauf. Hier runter. Oh, mein Gott. Ich glaube, das tut nichts. Okay, das könnte klappen. Oh, nee. Oh, ich bin so doof. Ich bin so doof. Hätte ich das über den Bumper drüben geschafft? Einfach so über beide Bumper? So. Hier runter. Okay, das ist ja easy peasy. Das ist ja super einfach. Jetzt geht's hier rüber. So, jetzt ist die Frage. Hier hoch. Solange der nicht so springt, ist das alles cool. Du kommst ja gar nicht ran, ne? So. Hä? Hä? Also, ich kann mir schon vorstellen, wie es geht, aber... Wann muss ich denn da Gas geben? Weil das ist ja dann eher so, du musst ja der... der Kraft sozusagen gegenwirken. Hä? Okay. Okay, nochmal. Jetzt... Also, ich weiß ungefähr, wie es geht, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen trotzdem verwirrt in der Hinsicht. Jetzt hier hoch. Jetzt Gas. So, also das schafft man ja nicht, haben wir ja festgestellt. So, jetzt hier runter. Also, da reinkommen ist jetzt kein Problem, glaube ich. Das ist dumm. Ach, das ist doch bescheuert. Okay, ab wann muss ich denn Gas geben? Okay. Boah, das ist richtig schlimm. Okay, das ist richtig schlimm. Weil du weißt nicht, wann du Gas geben musst. Okay, ich glaube, ich weiß es vielleicht. Ich muss gerade überlegen. Ich weiß ja nicht, wo ich rauskomme. Das ist das große Problem. Wenn ich wüsste, wo ich rauskomme, dann könnte ich sagen, okay, bis dahin. Ach, da. Oh Gott. Ich sehe es gerade. Das heißt, ich muss sogar dann rückwärts gehen. Oh mein Gott. Okay. Probieren wir doch mal. So. Okay. Wartet mal. Ab da muss ich jetzt Gas geben. So. So, genau. Okay, das hat ja schon mal relativ gut geklappt. Okay. Jetzt springen wir da hin. Und da ist es hier. Okay. Hier ist doch einfacher als erwartet. So. Huh. Okay. Next one. So, jetzt hier hoch. Och nee, nicht schon wieder sowas. Okay. Okay. Warte mal, was? Okay. Okay, ich glaube, ich verstehe es. Also, okay. Ich muss warten, bis es losgeht. Oh mein Gott. Das ist das schon wieder. Hey, warte mal. Ich kann gar nicht rückwärts fahren, oder was? Hä? Oder ich muss warten. Oder ich muss warten einfach. Ich glaube, ich muss warten. Jetzt. Okay. 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 Okay, hat funktioniert. So. Okay. Okay. könnte ich das ist mies um hier rum okay, wartet mal, jetzt muss ich überlegen, wie ich das mache da unten ist nämlich auch noch eine Kiste, seht ihr das? dieser gelbe okay, wartet mal, das könnte vielleicht so klappen okay, ich bin mir nicht sicher nee, Mist ich hab gedacht, ich kann mit dem blauen drüber springen aber das geht auch nicht halt um so boah, das ist aber auch richtig kompliziert mittlerweile ach, warte, ich wüsste wie das ist ja doch einfacher als gedacht oh mein Gott okay, wartet mal wohin kann ich denn jetzt nein, zu früh ich hab gedacht, das Auto ist langsamer im Schnee aber wir kommen weiter das ist das Wichtige so okay so, das haben wir auch jetzt hier runter hier hoch vielleicht schaff ich's noch oh mein Gott oh mein Gott so ist das Ding auf einmal so schnell okay, wartet mal jetzt zu spät oh mein Gott oh mein Gott war das knapp so, jetzt müssen wir schauen nee, ist das euer Ernst? wieso hat das Ding nicht angehalten? wo der Zeiger oben war okay nochmal neu oh das ist ja richtig ätzend gerade so und Gas geben let's go so das klappt halt einfach wenn ihr da einfach durchweg Gas gebt das war hier knapp wie hab ich denn das jetzt gemacht? so oh mein Gott nein, nein, nein ach warum hab ich ich hab Gas und gebremst oh, das ist ein Kacklevel die Einfälle für solche Level so okay jetzt noch mal ein bisschen konzentrieren hier wir wollen das Level ja schaffen so so jetzt mal kurz hier oh was ist das so ein Ding hier okay und los hier bin ich auch noch so zwiegespalt wenn ich hier losfahre ey, das kann doch wohl nicht wahr sein manchmal ist das Auto gefühlt schneller als ich will ach man okay ich hab gedacht man schafft es trotzdem ach Mensch okay auf ein neues so Säge okay komm jetzt aber let's go einmal noch mal vorwärts salto weil wir es können oh mein Gott und Gas oh mein Gott ist tot zu langsam oder auch nicht ja ich weiß nicht wann ich losfallen soll jetzt ich bremse innerlich immer jetzt warten wir kurz bis das da okay ich seh es natürlich nicht weil die Kamera so kacke ist okay jetzt so rückwärts so hier rein oh mein Gott ich glaub wir haben's geschafft Heilige 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 wie weit sind wir denn jetzt so schauen wir doch mal war echt also das ist schon mittlerweile Stress muss ich gestehen so wo sind wir denn jetzt wir sind jetzt in Level 42 erst okay 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 das hat irgendwie gut geklappt einfach Gas zu geben so so jetzt schauen wir mal hier ist ja das warum da auch immer der Stern versteckt ist so jetzt gib mal Gas okay anscheinend ist der Bumper gar nicht wichtig wartet mal hä wir können es ja mal probieren wenn wir oben sind oh ne was ist das denn okay wartet mal es gibt vielleicht zwei Wege mal schauen oh ne ich bin zu nochmal Gas 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 so vielleicht mal runterrollen einfach nur okay dann lande ich wartet mal was bringt mir der Bumper einfach nur die Münze oder was das Gefühl dass ich hier einfach Gas geben muss jetzt ist das für der scheiß Level hier so okay äh wir müssen uns mal schauen das ist einfach da gibt ihr einfach Gas am Anfang die sind immer gut positioniert am Anfang deswegen könnt ihr da super durch so Bremsen hier hoch okay so kommt man also drauf okay warum mach ich sowas ich denke mir nur so ja ja das schaffst du locker und dann auf einmal ist das auch doch langsamer als gedacht so aber wenigstens ist das wie es ist ist das nicht irgendwo am Ende wo du da wieder rum struggeln bist so oh okay das hätte ich nicht geschafft oder okay das hätte ich geschafft die Frage ist wie hoch schießt sich die Rampe das ist die Frage die ich mir gerade stelle zu hoch ach man oh Mist so so okay wieso auf einmal komm runter komm runter komm runter da war ich wieder zu greedy bei solchen Spielen immer schlimm einmal so oh Gott was ist das für eine scheiß Ecke ich der Meise die werden ja immer schlimmer so okay so jetzt müssen wir gucken ne das schaff ich nicht okay doch hab ich geschafft okay warte mal da ist ein Bumper sehr wild so und Gas okay das war es noch nicht oh Gott okay 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 Flugzeug ja sehr gut ja das sieht gut aus das ist das Finish okay ich hab so ein dummes Gefühl dass ich falsch lande ne oh das war es oh mein Gott oh mein Gott Leute aber ich würde trotzdem sagen wir haben jetzt wir sind jetzt bis Level das muss ich selber gucken ich glaube 43 gekommen und genau wir haben Level 42 geschafft und jetzt sind wir Level 43 ich würde sagen wir machen noch ein Video sonst wird das einfach zu lang sonst sind wir über eine Stunde noch weil ich denke immer die werden auch noch richtig schwer und Leute dank des Zuschauer bewertet natürlich das Video und wir sehen uns im nächsten und hoffentlich im letzten Video in Stunt Paradise wieder und ja ich freue mich auf eure Kommentare haut rein bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.